so leute willkommen zurück zum kanal von checkpoint xana wir zocken hier jetzt noch eine runde alien fireteam elite letztes mal sind wir hier gestorben und dann geht es jetzt einfach noch mal los ein bisschen abgegradet ich habe jetzt hier so ein ultra geilen helm auf der wird es auf jeden fall bringen nämlich gar nicht aber gut der bringt nur geiles aussehen und keine rüstung oder so also von daher schauen wir mal wie das jetzt hier weitergeht aber hier die waffe habe ich schon mal abgegradet das war schon mal ganz gut so andy jetzt streng dich mal an dass auch mal einen von den ersten plätzen belegst hier das wär auch mal wichtig wir müssen hier auf jedenfalls schneller durchlaufen du hast den ersten platz bei meiste schaden bekommen aber nicht ausgeteilt meiste schaden bekommen hast du jetzt wieder tun ja also ich hab dein ton auf jeden fall schon ja wir hören dich und auch nicht das müssen jetzt mal schaffen sonst nervt mich das schon wenn wir das zum dritten oder vierten mal noch mal die gleiche mission als spielen müssen hier hinten rein ich hab standard eingestellt noch eins auf easy oder easy mode wie ist seine ausrüstung da kommen sie doch schon ich hab mir jetzt mal nicht so viel vor aber muss auch viel mehr seine specials braucht einsetzt weil die kommen ja alle paar sekunden wieder doch die karte auf jeden fall auch ich muss nachleihen okay das war's ja da gibt es hier hinten vielleicht noch ein secret oder so eine kiste guck mal hier gibt es noch was naja doch nicht hier muss man lang blöd aber ich schreibe das durch mit seinem guten sicherheitsfall so wo sind sie und lass weiter gehen mal ein bisschen schneller durch da kommt wieder so er hat voll wieder mit ihm der jäger hat die gleich wieder geschnappt er geht immer auf dich das finde ich gut das gefällt mir da gibt es money erst mal nachladen jetzt macht er das wieder nicht so verhelfen arm auf gibt es hier oben was ne der typ ist schon so voll am kämpfen der alpha ja die waffe die ich gucke ist echt gut da braucht man auch keine skills die zieht von alleine optimal ja hat mich wohl erwischt und wo seid ihr überhaupt gekämpft da hinten oder da komme ich auch wieder zu euch ja danke schnitzter ist gut den hatte ich jetzt auf meiner seite netter irgendwie komisch bei mir geht es nicht ausgänge freigeschaltet komm weiter nein kannst du nicht mit mir er ist jetzt weg weg ist er hier gab es auch nichts mehr habe ich nichts gesagt so seit ihr schon wieder uhr so in der kruppe oa hab ich wieder geil gesehen jetzt zack war nicht ihr da war krass gestorben haben wir uns so um sich geschlagen müssen so da ist wieder so jede achtung da links ist er kommt das macht von spielter oder so der trifft nicht als er hat mich wohl erwischt ich habe schon richtig viel abgezogen der eine gibt ja das ist auf jeden fall diese eine kiste wieder mitnehmen die wir da gefunden haben ist kein verstecken so ich habe wieder raketen das ist gut so hier ging es jetzt gut ab glaube ich ich bin schon wieder munition niedrig ist die shotgun gut oder verband und dann wieder mit ja hast recht ich habe jetzt schon vorher genommen geschützt um lasst uns hier aufstellen du hast ein leider mache ich meinen hier so und dann von beiden seiten noch ein bisschen geschützt vielleicht ich mach meinen hier hin so dann haben wir hier rechts und feuer ja okay so ich drück den knopf ja jetzt drück ich den knopf drück jetzt geht's los mit mit Das ist wieder so ein Jäger. Da hinten ist wieder so ein Splitter. Oh, da ist wieder so ein Krieger. Oh, der kommt. Der kommt. Der geht wieder auf dich. Oh, der hält so aus. Jawohl. Ja, dieses Marble ist ganz gut aufgebaut, glaube ich. Ja, diesmal war es recht gut. Haben wir es gut gemacht. Sollen wir jetzt mal gucken, ob es hier hinten noch etwas gibt. Vielleicht gibt es hier jetzt noch etwas. Ne, ist aber nichts. Wo bist denn du? Okay, wir müssen weiter. Jetzt kommen wir wieder viele. Ich habe da hinten schon geguckt, ob es noch etwas gibt. Aber da habe ich nichts gefunden. Boah, hier geht es wieder ab. Boah, der ist da abgehauen in diesem Kanal. Lass uns hier drin bleiben. Da haben wir bessere Deckung. Können sie nur von vorne kommen. Gesundheit. Gesundheit. Da kommt wieder großer. Nochmal Gesundheit. So. Da ist noch irgendwo so ein Spucker. Hinter uns. Echt? So wird er den Turren weg. Boah, hinter uns. Jetzt kommen sie hinter uns. Okay. Ja, aber diesmal sind wir ganz gut dabei, glaube ich. Noch alle leben? Ich habe sogar noch... ...machen. Oh, ist das schon wieder. Kiste öfter. Waffenfarbe. Statisches erweiterte Mindungsfeuerdämpfer. Korrekt. Von bei. Ja, nochmal. Damit das kein anderer auch merkt. Das ist so ein großer... So ein Jäger war das. Da muss auch immer so einzeln die Tasten dann drücken. Schnell, ne? Das hatte ich bisher noch gar nicht. Okay, erstmal hier über die Munde nehmen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, hier oben war beim letzten Mal eigentlich ein guter Platz. Na? Das haben wir ja ganz gut gemacht eigentlich hier beim letzten Mal. Muss nur einer unten das Ding drücken. Grabbing ammo. Was gedrückt? Hier hinten ist jetzt aber nicht mehr die Kiste. Jetzt ist hier hinten nicht mehr die Kiste. Die verschwindet dann immer. Doch, weil wir da vorne schon eine Kiste wahrscheinlich eingesammelt haben. Jetzt ist die hier hinten nicht mehr. Muss man also immer überall rumgucken, dass man auch die Kiste findet. Okay, ich habe die Tür aufgemacht. Boah, jetzt kommen voll viele. Okay. Hä, letztes Mal sind wir doch auch da oben irgendwo langgegangen, oder nicht? Nicht hier unten. Klar, letztes Mal sind wir da oben langgegangen. Glaube ich. Doch. Ist ja krass, dass sich das ändert. Ja, okay. Ich glaube, es sind alle glatt. Ja, das ist anders als letztes Mal, glaube ich. Ja, aber nur so ein paar, weil man hier so lange rumsteht. Das ist wieder so ein Jäger. Da habe ich auch. Der hat es gut rausgehalten, oder? Komm, wir können hier lang weiter. Oh, ich lad nochmal schnell meine Muni nach. Kannst du ja schon mal vornehmen, da kommen noch welche. Da kommt noch so ein Spitter. Oder was ist es? Ne, so ein Exponierender. Ja. Ja, ist klar. Der hat voll viel abgezockt. Boah, ich nehme erstmal eine Health. Solang sich der Alpha nicht wieder vor mich stellt. Da kommen sie. Links, links. Boah. Das ist wieder so ein Jäger. Hopp. Der Alpha hat sich gehalten, gerade. Wir haben noch alle vier Leben, das war ganz gut. Guck das diesmal an, das glaube ich. Witzig. Jetzt müssen wir hier den Knopf ziehen. Das war vorher nicht. Die Splitter. Ah, der Jäger. Er steht da mitten in der Säure, der Alpha. Oh, erinnert uns. Da ist noch einer. Jäger. Ja, okay. Jetzt wieder zurück. Ja, das war diesmal ein bisschen anders, ne? Sonst hatten wir hier letztes Mal nicht. Finde ich ja ganz geil. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Das war letztes Mal nicht so. Jetzt müssen wir erst da hoch. Oh, komm da raus. Da kommen wohl viele. Oh, jetzt kommen nämlich die ganzen. Ich wollte eigentlich Munition auffüllen, aber das hat nicht so geklappt. Nein. Das ist ein bisschen nett. Jetzt aber. Kommt schon, mal schnell. Kommt schon mal da rechts. Das ist ja so ein Splitter. Oha, der hat mich wieder voll erwischt. Woll. Ah, die hat die Firepower wieder abgesehen. Das ist immer gut. Ah, es kommt so ein Jäger wieder. Alter. Er ist voll schnell. Da haben wir noch ein paar Raketen für euch. Alter. Er kommt wieder auf dich. Glück gehabt, er hat sich auch gerade zum Peck gemacht. Jetzt haben wir wieder schon wieder Muni. Okay, dahinten ist er. Ja. Jetzt müssen wir nämlich erst hier links lang. Okay. Ja, geh mal gucken. Ich glaube aber nicht. Von hier oben wird man das ja schon sehen. Ne, gibt's nicht. Es gibt immer nur eine, glaube ich auch. Eine Kiste in einem, einem Durchgang sozusagen. Aber lass weiter, sonst kommen hier gleich wieder diese drei. Lass mal nach. Unter dir. Ja, dann wieder die Firepower abgesehen. Okay. Wie geht's jetzt wieder rein? So, wie geht's jetzt wieder weiter? So, jetzt geht's jetzt wieder weiter. Ja. Voll auf dich. Ich hab das fast geschossen. Uns geht's super. Wir haben noch vier Leben. Aber der Alpha hat nur noch drei. Was ist mit ihm los? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Dann kämpft er wieder gegen den Jäger. Hinter dir. Hinter dir. Ja. Jetzt machen wir auch fast 40 Minuten, 50 Minuten gebraucht. Jetzt sind wir schon hier. Hier ist das Ende, glaube ich. Hier kann man sich noch Medikit absnacken. Oh. Kommen die schon wieder her? Die manchmal sieht man die. Ich gar nicht. Okay. Dann hier Geschützturm. Same deal as the generator. Expect little friends to pop out all over when this turns on. Elevator 17 decks up. Take a while to show. Ja, okay. Komm, ich mach das jetzt hier hin. Set up a perimeter. Then hit the call button. Ich hab's hier hin gemacht. Mach's hier daneben. Mach's hier links daneben. Hier so. Das ist vielleicht nicht schlecht. Das ist so ein bisschen geschützt wenigstens. Und ich hab auch noch so ein Stromding. Was mach ich jetzt? Schlick das mal hier weiter hinten hin. Für später. Hier auf dem Boden leg ich das. Hast du auch so ein Stromding? Hier ist noch eine Kiste. Hier ist noch eine Kiste. Kannst du noch aufmachen. Kannst du noch eins hinlegen. Hä? Echt? Hier ist noch... Kannst du noch mal aufmachen? Brandgeschosse. Was wo ist das? Wo könnte ich die einsetzen? Ah, okay. 100. Ja, okay. Hab's jetzt, ja. Gut. Ja, hab ich schon direkt gemacht. Das ist ein riesiges Signal. Das ist ein riesiges Signal. Jetzt kommen die schon wieder hier hinter mir. Da ist wieder so ein Jäger. Oh, die Brandgeschosse sind gut. Haha. Wird gleich schon leer. Da kommt da wieder dieser Splitter. Der fliegt sich nicht weg. Direkt direkt. Aber das ist fast weg. Ja, jetzt ist das gut. Ich muss mal kurz hier nachladen. Das ist besser. Aber sonst kommt jetzt gleich der Ticke. Ich finde das doch schon. Dann hab ich wieder nix. Jetzt bist du doch gleich stark. Da kommt er noch. Boah, hinter uns. Noch eine Minute. Jetzt kommen richtig viele. Jetzt kommen richtig viele. Da kommt der Krieger. Oh, der geht wieder auf mich. Ne. Oh, ich bin aber erstmal schnell in der Heilung. Ich komm schon. Jawoll. Ja, der ist jetzt weg. Ja. Jawoll. Ist platt. 14 Sekunden. Nimm die Energie, wenn du kommst. Nimm die Energie, du hast doch... Naja. Sehr gut. Boah, guck mal wie viele. Oha. Oha, der ist wieder so Krieger. Oha, der ist wieder so krieger. Du bist zum Elevator. Komm, geh zurück, geh zurück, Fahrstuhl. Wo ist er? Da rechts, da rechts. da rechts hier den fahrstuhl hier den fahrstuhl kommt doch hier den fahrstuhl die könnte nicht rein hier wurde alle stehen da können wir nicht von mir aus heiligen aber er kommt schon hier gekrappelt er ist schon hier ja sehr gut checkpoint erreicht hat checkpoint vor allem das ist ja heftig mission abgeschlossen versteckt erweitere bindungsfeuer tarnfarbe statisches raster erfahrung 4000 war noch nicht ganz immer noch kein level ab aber die waffen kriegen auch level absicht aber ich bin wieder überall erster das kann man noch machen oder gut freunde danke fürs zuschauen mission 1 haben wir erstmal geschafft es geht gleich weiter mit mission 2 und dann könnt ihr gerne das nächste gameplay video anschauen wird uns freuen bis dahin macht's gut ciao ciao